Der ist bei B drin Ahahahahahahaha Was? Loll Ja Was geht? Ello Tricks ist hier und so am Start Na ok, Spaß Wir sind hier bei einer Radar und Folge von Tom Classius, Rainbow Six Siege Mit dem Ilu Vielleicht, vielleicht nicht Ok, dann nicht mit Ilu Wir spielen Ein lockeres Match Auf der Map Favela Mit dem Spielmodus Bombe Ich spiele Rook Und ich frage mich warum der Ton einfach mal so unfassbar laut ist gerade Ach der ist nicht lauter als sonst Na gut Guys Take Gucci Schönen Gucci nehmen Take Armor Guys So Ich spiele Rook Rook Er kann die Schusssicheren Westen legen Ilu spielt Blitz Blitz ist Ne gar nicht, sorry Bandit Ja, Bandit macht Kann Elektroschocker An Ich will grad Hast du noch keine gelegt irgendwo? Ne, ne? Noch nicht Ok, er kann Elektroschocker nämlich überall hinlegen Und so an so Metallwände und so Und so an so Metallwände und so Und dementsprechend können die Gegner dann da nicht dran oder ähnliches Oh, die haben die Kamera nicht kaputt gemacht So, ich bin jetzt Ich übernehme immer die Rolle des Lurkers Was? Guter Guter Arbeitermodel Da ist einer Digga ohne Witz ne? Hier wird überall geschossen, aber ich sehe keine Gegner Was ist denn los hier? Hä? Der ist bei B drin Was? Lol Was ist das? Oh man Der Ey ohne Witz Darf ich dir was sagen? Was? Oben beim Drop Ich stand oben beim Dropper gerade Und der Gegner Warte Ich stand da oben Und der Rekrut ist an mir vorbeigelaufen Der hat mich angeguckt und auch runter geguckt Der hat nicht gecheckt, dass ich ein Gegner war Man Wir sehen uns gleich wieder So, da sind wir wieder, Runde 2 Kamera-Phase würde ich mal sagen Wir sehen oben rechts, man sieht schon BattleEye macht was Es werden wieder ultra viele Leute gebannt Die sind da wo wir waren Es werden wieder ultra viele Leute gebannt Irgendwie schon der vierte oder fünfte jetzt, den ich gesehen habe Mit dem wir ingame sind Jetzt geradeaus durch oben, ne? Da waren die Da sind die Ha! Ja, der kam mir da entgegen, deswegen kann ich ja nur sagen, dass er da war Irgendwie der Rekrut einfach neben mir stand, alter Und mich nicht erkannt hat Der stand einfach neben mir So, ich spiele Sledge gerade Alleine da steht immer Ich habe den entschärfer fallen gelassen Ich habe den noch nie in der Hand gehabt Ich habe eine Kamera zerstört Warum mache ich das eigentlich so? Bin ich Jesus? Ich habe ihn so viel Entschuldigung Ich bin doch eben hinzu Entschuldigung Double kill bitches Easy life Easy kills, easy life, Digga One tap in 3 2 1 A is free, A is clear, you can plant A Ilo, komm mal Da sitzt noch einer Dig, ich bin bei A, A is free, ne? Ich muss da hochkommen Ich bin auch nicht Usain Bolt Ach, da kann ich nicht durchboxen Warte, ich mach dir auf Digga Ach, leck mich Alter Das ist die andere Seite, ne? Du hast den Eingang, ne? Ich hab hier hinten, ich hab die Seite hier Oh, jetzt auch noch da, fuck Wo ist der? Ja, auf der Treppe Ich kann nur Beispiel unterscheiden Hab ihn Hab ihn Alter Schwede Ich glaub das rennt wie Vollidio oder einfach nur, weil ich einfach nicht anders spielen kann, sonst Ja Ich mach das schon, ich mach das schon Digga die Runde läuft bei mir, die rennt richtig Die ist richtig am Flyen, wir sehen uns dann wieder So, nächste Runde, nächstes Glück Wir sind schon im Matchball, weil wir zwei Runden gewonnen haben Guys, I got armor for you Dementsprechend einmal hier So So Ilu hinter dir armor, ne? Gut, die Wände haben sie eben nicht dick gemacht, ja Dicht gemacht, nicht dick So Kann man hier unten noch was dicht machen? Ja, kann man So Vielleicht bei der Bombe mach ich mal dicht Nach außen hin Und dann werde ich Ja, wenn die, wenn die die Seite nicht dicht machen, ist ja auch nicht schlimm Ist ja eigentlich völlig in Ordnung Ja doch, machen sie perfekt So Ich, ich würde mit dir oben covern Ach du bist gar nicht oben, nehmen wir mal Guys, can you take armor here? Ich stelle mich mal oben auf die Treppe und versuche die gleich weg zu ficken Ich hör sie schon Here steps, Manny Da steppt einer Einen hab ich Noch einer Nee Ich hab den Dropfeil bei dir Ich bin am anderen Achso Lol, Alter, was ist Was geht denn ab bei mir? Der eine hat gesmoked Twitch kommt Ne, was ist Twitch Fletcher willst du mir rein? Ein Gegner verbleiben Fletcher ist bei dir Mal gucken, Natekill Schau, da hab ich nicht getroffen Der steht bei dir gegenüber Äh, bei dir direkt vor der Tür, ne? Ja, ich bin, ich bin weggegangen Hahahaha Easy Game, Alter Das war mal eine richtig schöne Runde Ja, er stand genau da links, genau Da hab ich auch meine Granate hingeworfen Schönes Ding, schöne Runde Alter Schwede Was ein Game Schöne Runde von mir, würde ich mal sagen, ne? Eigentlich ist Ilo immer Platz 1, aber heute hat er keine Chance gegen mich Naja Ne, das Problem ist, seitdem BattleEye wieder richtig aktiv ist, ne? Kann Ilo nicht mehr hacken Und deswegen ist er nicht mehr Top 1 So, danke fürs Zuschauen Ich hoffe ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Äh, ich warte immer noch auf positive oder negatives Feedback für Rocket League Dementsprechend, äh, schaut euch das Video gerne nochmal an Ich weiß es unten verlinken Und bis zum nächsten Mal Bye